die ja weil das ist der blaue und stellen wir uns anders hier weil er freut mich gleich mal ein foto schießen aber steigen jetzt anders hin und schieße nehmen ihr foto der blaue bewusst gut umrätseln muss nämlich von denen unbedingt der foto imoge ja imoge imoge Das war Pirema. Neu Boden, geil Boden! Ich hab das Foto, wie ist das eigentlich ein schöner Platz, um hier zu stellen? Wir schauen vielleicht von unter der Woche mal an. Ich bin in das Geschäft, wo wir eh schon längst Zeit aufgefahren. Ja, Baby! Ja, das ist jetzt übertrieben. Ja, blau! Gib Gas! Ich weiß nicht, ich kann die Geist geben. Ich lege dich nicht am Arsch. 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 Das wäre schön, wenn mal ein Dampfflug kämen würde, das wäre schön. Das war auch mein Erlebnis. Der Mond geht auch schon, wenn ich bin ein bisschen zu bald. Der Mond, irgendwo hier ist der Mond, irgendwo hier. Da ist er. Fotografieren. Ich glaube, dass es der Blaue ist, wo es pfeift. Da gehe ich nicht mehr an die Pfeifen. Ich kann heute, wenn ich dir das zeige. Da muss ich nicht mehr. Da muss ich nicht mehr an die Pfeifen kommen. Da muss ich nicht mehr an die Pfeifen kommen. Da muss ich nicht mehr an die Pfeifen kommen. Da muss ich nicht mehr an die Pfeifen kommen. Da muss ich nicht mehr an die Pfeifen kommen. Aber ich kann das auch. Ihr fahrt durch. Doch, der fahrt durch. Geräusche, Flugzeuggeräusche sind das, und hier ist schon der Mond irgendwie, irgendwo hier, irgendwo hier muss er sein, den sieht man jetzt noch nicht. Es ist schon der Mond, wo es hier ist, wo es hier ist, wo es hier ist. Vielen Dank. Liege. 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 Liege.